Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Einbürgerung In diesem Video erhalten Sie Informationen zum Thema Einbürgerung. Folgende Fragen werden beantwortet. Wer hat das Schweizer Bürgerrecht? Was bedeutet das Schweizer Bürgerrecht? Wie funktioniert die Einbürgerung? Und wo bekommt man das Gesuch zur Einbürgerung? Wer hat das Schweizer Bürgerrecht? Alle Schweizerinnen und Schweizer haben das Bürgerrecht. Sie sind Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerrecht gilt für die Gemeinde, den Kanton und die Schweiz. Was bedeutet das Schweizer Bürgerrecht? Ein Bürgerrecht bedeutet, als Schweizerin oder Schweizer haben Sie Rechte und Pflichten. Bürgerrechte sind beispielsweise, dass Sie an politischen Wahlen und Abstimmungen teilnehmen dürfen. Sie dürfen Stimmenzähler oder Stimmenzählerin an Wahlen und Abstimmungen werden. Sie dürfen Ihren Wohnort in der Schweiz frei wählen. Die Schweiz darf Sie nicht ausweisen oder ausliefern. Ein Beispiel für eine Bürgerpflicht ist, dass Schweizer Männer Militärdienst leisten müssen. Möchten Sie eine Einbürgerung beantragen, dann müssen Sie ein Gesuch um Einbürgerung einreichen. Wo bekommt man das Gesuch? Melden Sie sich beim Bürgerrechtsdienst. Wir laden Sie zuerst zu einem Gespräch ein. Im Gespräch erhalten Sie alle wichtigen Informationen und Dokumente. Sie erhalten auch das Formular für das Gesuch. Wir erklären Ihnen, wie Sie Ihr Gesuch einreichen. Bringen Sie bitte Ihren Ausländerausweis zum Gespräch mit. Ein Besuch ist nur mit einem Termin möglich. Rufen Sie uns für einen Termin bitte an. Telefon plus 41 31 321 52 86 Sie erreichen uns auch per E-Mail einbürgerungen-at-bern.ch Unsere Adresse, die Kontaktmöglichkeiten und die Öffnungszeiten finden Sie auch in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. In dieser Box finden Sie auch einen Link zum Bürgerrechtsdienst. Kontak maintenant in der Box